Das nachfolgende Video ist richtig lustig. Es geht nämlich um Layout-Sünden. Okay, da mag sich jetzt hoffentlich niemand wirklich angesprochen fühlen, beziehungsweise falls es da den einen oder anderen trifft, dann ist das natürlich nicht so böse gemeint, wie es jetzt vielleicht gleich rüberkommt. Wir haben da so ein paar Seiten vorbereitet, die wir einfach allesamt schrecklich finden und wo ich dahinterstehen würde zu behaupten, es sind Sachen, die man nicht tun sollte für ein schönes Layout. Ich glaube, das ist genauso wie bei Photoshop, liebe Kollegen und Kolleginnen. Das ist so ein bisschen, ich glaube, am Anfang macht man mit Photoshop auch ein bisschen zu viel. Und auch im Thema Design ist es so, dass man, glaube ich, da ein bisschen zu viel spielt, dass man da ein bisschen zu viel probiert, experimentiert und eigentlich doch nur merkt, okay, ohne wäre es wahrscheinlich am schönsten gewesen. Gucken wir uns einfach mal eine Seite an. Und da sehen wir ganz klassisch Bild in Bild. Und nicht nur, dass es irgendwie der schräge Horizont auffällt oder dass es einfach die unterschiedlichen Farben auffallen. Man macht das nicht. Man packt über ein Bild nichts drüber. Das ist ein Foto. Da ist nicht irgendwo eine Stelle leer und Platz, ein anderes Bild draufzusetzen, sondern da hat bestimmt irgendjemand was gemeint bei dabei, das leerzulassen. So, der ist von vornherein anders geschnitten. Also, das ist einfach eine völlige Layout-Sünde. Niemals Bilder übereinander. Das macht man bei irgendwelchen Einladungskarten für irgendwelche Flyer, aber nicht bei Fotobüchern. Dann, die nächste Layout-Sünde wäre, dass man einfach einen völlig unnötigen Text einfach quer über das Bild, Ausbild, raufrotzt. Und zwar so, dass man sogar noch so Luminanzunterschiede hat. Man kann ihn lesen, aber er erzieht Aufmerksamkeit. Bei Fotografie oder generell beim Blicken ist es so, dass wir Menschen immer auf die maximalen Kontraste gucken. Also, ohne den Text wäre die maximalen Kontraste die Schatten der eigentlichen Palmen. Aber sobald der Text da steht, habe ich hier den maximalen Kontrast und ich kann mich gar nicht mehr auf das eigentliche Motiv konzentrieren, weil mein Auge immer abgeleitet wird. Das macht man nicht. Und übrigens, wenn man es nicht so machen würde, dass das Auge immer darauf hingeht, dann wäre der Text nicht lesbar, weil dann wäre er eben unsichtbar. Genauso, jetzt wären wir beim Thema Schlagschatten oder auch so einen farbigen Schlagschatten. Also, fürchterlicher geht es nicht mehr. Das ist ein Fotobuch, da sind Bilder drin. Da muss aber nichts dreidimensional sein. Das ist kein Relief. Also, ganz, ganz, ganz schlimm. Oder hier auch die Verknüpfung von total unterschiedlichen, nicht zusammengehörigen Motiven. Also, das eine ist eine Blume und das andere ist aus der Karibik eine Palme, die sich in einer Sonnenbrille spiegelt. Die beiden Bilder haben so viel gemeinsam wie, keine Ahnung was, mir fällt gar kein Vergleich ein. Also, das wäre auch so ein Layout, nur um Platz zu sparen, nur um ein bisschen effizienter zu sein. Ja, tu mal halt noch ein Bild hin. Ist ja frei. Ähm, fürchterlich. Das ist total geil. Ein Herz aus einem Bild machen. Ja, wenn das ein Herzsticker ist oder ein Herzaufkleber oder es wäre ein Herz, ein wirkliches Bild, dann kann man das noch akzeptieren. Aber so digital so eine Maske draufsetzen, als ob man durch so ein Schlüsselloch guckt und dann so dieses Herzchen. Oder hier, die Ananas mit einer Ananas-Schablone. Das ist unfassbar kitschig. Wobei die Ananas schon wieder so kitschig ist, dass es schon fast wieder cool ist. Aber man macht keine, man macht Bilder nicht in neue Formen rein. Das macht man in der kreativen Layouting-Szene, wenn man irgendwelche Magazine ganz fancy gestalten möchte und ganz aufwendig und ausgeflippt. Aber nicht für Fotobücher. Nächster Ultra-Patzer. Mehr über das Bild drauf machen, als das Bild wirklich selber hat. Also hier, Sonnenbrille, Koffer, Seestern, Palmen, Sonnenschirm. Das geht alles unter. Also, je mehr über die Fotos kommen, umso weniger wichtig sind die Fotos. Weil die sind ja hinten dran. Und das ist natürlich schade bei solchen Fotos. Also, ich würde generell keine Embleme, Symbole oder sonst was so über Bilder drüber setzen. So Erklärsymbole, vielleicht mal Emoji oder sowas. Das kann man ja gerne noch akzeptieren. Aber nicht quer, dreuz und drum und alles schräg und sonst wie. Nächster Punkt. Ich glaube, das machen ganz viele. Hintergrundfarbe. Hintergrundfarbe ist fürchterlich. Also, es ist eine Layout-Sünde. Es gibt im Endeffekt keine Hintergrundfarben, die in Büchern existieren. Es gibt Weiß. Manchmal gibt es noch Schwarz, damit man das Motiv mehr rausholt. Aber sonst gibt es eigentlich nichts im Fotobuchbereich. Das ist einfach eine Spielerei. Und vor allem dann, oder wenn man es macht, dann sollte man wenigstens irgendwie Komplementärkontraste nehmen. Oder Farben, die sich perfekt im Bild wiederfinden. Und nicht auf so einem Blau, so einem Türkis. Weil das ist auch, Farblehre muss dann auch plötzlich passen, wenn man mit Farben rumexperimentiert. Nächster Burner ist einfach mal der Hintergrund. Also, da kann man schon gar nicht mehr auf die Bilder achten, weil der Hintergrund ist so unruhig. Der ist so durcheinander. Ich finde das Bild von Mitranten geil. Ich finde das Bild von der Karibik hier geil mit der Pflanze. Ich finde diese alten Briefkästen geil. Ich finde auch das Follow-me-Bild auf der AIDA da total geil. Aber in dieser Kombination kommt keins, keins entsprechend rüber. Und wenn wir schon hier gerade bei Nicht-Rüber-Kommen sind, boah, das sieht aus wie ein 70er-Jahre-Rahmen, wo das Bild irgendwie hinten drunter sitzt. Das geht gar nicht. Solche Tapeten-Retro-70er-Jahre-Muster als Hintergrund nehmen. Puh. Puh. Also dann würde ich schon lieber einfarbig nehmen, aber nicht sowas Ablenkendes. Weil ich kann mich nicht aufs Bild konzentrieren. Und das ist natürlich das Fürchterliche. Ja, so ein Text, den man nicht lesen kann, hatten wir ja gerade eben schon, ist genauso schlimm. Und auch ein Hintergrund, der so unruhig ist und so eigentlich gar nichts mit dem Motiv zu tun hat. Das ist wirklich eine Tropenpflanze aus dem Urwald. Und dieser Hintergrund, der sieht eher aus wie die beliebteste deutsche Fernsehcouch, die man irgendwo kaufen kann bei Ikea. Also, was haben wir gelernt? Was sind große Layouts hinten neben der Aufzählung? Meistens meint jemand zu gut. Also, warum ist das Bild nicht gut genug? Warum muss man da, ich kann gerne mal den Hintergrund hier ändern, von Farbe auf, keine Farbe setzen. Und, Bild, nein. So, warum muss man, warum muss man, warum kann man das Bild nicht einfach so stehen lassen? Das ist doch viel schöner. Also, zu viel. Man meint das einfach zu gut. Man hat ein tolles Bild von einem Modelpaar. Also, das sind ja die beiden, die stehen da, gucken in die Karibik hinaus. Und anstatt das einfach zu lassen als Bild, muss man ein Herz drum machen. Das ist auch teilweise zu Holzhammer-mäßig. Die Leute müssen auch zu ihrem Glück gezwungen werden. Also, das finde ich einfach nicht schön. Das sollte man lassen. So, genug gehetzt. Ich hoffe, ich bin keinem zu sehr auf den Schlips getreten.